Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu... Leute, willkommen zurück zu Fortnite! Ich hab mal beide Intros eingesprochen, ich hab keine Ahnung, auf welchen Kanal das rauskommt. Neues kleines Event ist am Start, wo wir uns kostenlose Items freischalten können. Und zwar wegen Ramadan. Ich glaube, weil Ramadan jetzt zu Ende geht, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber ist auch das Laternenfest, ne? Und da kann man jetzt ein paar kostenlose Items freischalten. Eines davon ist dieser Spray, eine Waffenlackierung und so weiter. Und das werde ich euch runterrattern. Gerne an dieser Stelle natürlich einen Like-Button reinhauen. Würde mich mega freuen, einen Abo-Button und Glocke natürlich auch, wenn ihr dieses Video jetzt irgendwie gefunden habt. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Wir rüsten das hier als erstes mal aus. Ne, schauen uns das Ganze mal an. Aber das Einzige, was ihr dazu machen müsst, ist wirklich easy. Ist wirklich easy. Ich hab noch nie so leicht Gratissachen in meinem Leben bekommen. Und selbst das wird wahrscheinlich für einige zu schwer sein. Aber ihr besucht diese Seite hier. Die werde ich unten in der Videobeschreibung wahrscheinlich verlinken. Hoffe ich mal. Lantern Trials. Dort könnt ihr die Sachen freischalten. Ihr müsst euch natürlich wieder anmelden mit eurem Account. Oben rechts. Meldet ihr euch dabei den ganzen Sachen an. Und ihr müsst eigentlich nur spielen. Jede 40 Minuten, die ihr spielt, kriegt ihr eine Münze sozusagen. Und das funktioniert in Solo, Duo, Trios, Squads. Äh, Arena wird nicht dazu gezählt. LTMs. Und auch nicht Creative. Also nur diese Modis, die hier stehen. Solo, Duo, Trios und Squads. Keine Arena. Kein Kampflabor. Kein, äh, Buildfight. Keine Community Creation. Oder was auch immer. Äh, wir haben... Ne, wir haben den Level 5 Zug nicht geschafft. Wegen 4%. Oh. Wir haben den Level 5 Zug nicht geschafft. Wegen 4%, Leute. Nein. Ne, und ihr verdient euch immer eine Münze. Und ihr müsst euch 11 Münzen verdienen, um dann die letzte Waffelackierung zu holen. Easy peasy. Dann können wir das Ganze machen. Wir versuchen das, um das Ganze... Warte, wie viel muss man? 400 Minuten muss man dafür... Wir können hier für ein paar Content Creator abstimmen. Und ich glaube, dafür kriegen wir auch nochmal ein bisschen was. Das war letztes Mal auch schon. Äh, ich mach mal Great Hunt. Abgestimmt. So. Und für welchen Content Creator stimme ich jetzt mal ab? Das kenne ich alle nicht. Ist kein Deutscher dabei. Die Deutschen sind im Kreativwahnsinn dabei. Übrigens, heute ist letzter Tag. Für Kreativwahnsinn, ne? Ich wote mal für die einzige Frau, die ich hier in den ganzen... Ne, für die zwei... Es gibt zwei Frauen hier. Anime Nemo. Die hat keinen Creator-Code. Ich vote für dich. So. Die ist auch ganz hinten. Mal ein bisschen fair machen. So, abgestimmt. Ja. Im Prinzip müsst ihr auch nicht mehr machen. Und dann könnt ihr euch kosten. Also, Items freischalten.